So, da drüben irgendwo kamen wir in die Maintenance. Ich weiß jetzt nicht, ob die... Nein, die ist gelockt. Aber wir können die Stairs nochmal öffnen. Es reicht vollkommen aus, weil... ...die Figur läuft so oft hier so durch die Gegend. Den Teil hatten wir auch schon, dann gehen wir wieder runter. Und es kommt immer wieder zur Außenmission Part. Und es macht eigentlich keinen Sinn, dass die Figur den Helm abnimmt. Gut, dann müssen wir jetzt wohl offensichtlich... ...zur Monarche. Und was es auch gibt, es gibt eine Encrypted Transmission. Die haben wir von Anfang an dabei. Da kriegen wir halt mehr mit, desto mehr wir von den Sachen hier... ...tatsächlich auflösen. Im Moment hört sich das halt so an. Und ich hab keine Ahnung, was es ist. Also man hört ein bisschen was hinten dran, aber... ...es ist tatsächlich einfach zu... ...statisch. Da haben wir noch was, was wir anschauen können. Da drüben ist glaube ich... Ne, da sehe ich nichts. Dann schauen wir uns das noch an. MacArthur kann das nicht auf sein, kann man? Look, wir haben nicht die Schuss hier, okay? Now help me out with this stuff. Put that down, Frank. Don't you know what Helium is for? Don't you think it's strange it's here instead of next to the reactor except post the power? Of course I do. It's just... Just what? Should we accept everything they say? Do you even realise what the consequences are if we leave while the MPT is offline? What choice do we have? What do we really have to go back to? Floods, dust storms, blazing heat? I'm done. The council's giving us a second chance and I'm not wasting it. Now I'm done talking. Just give me a hand. Thank you. Shortly after MacArthur's speech, lunar colonists make final preparations to carry out MacArthur's outwards plant. Not all agree that it is the right course of action, but while some protest out of concerns over Earth's fate, other perceive wisdom in MacArthur's words. Recorded 23rd September 25... Ähm... ...20... ...54... ...2 hours after the Blackout Zone. So... Das hier ist unsere Monorail. Was wollt ihr bauen? Eine Monorail! Wo wollt ihr sie bauen? Monorail! Manchmal gibt's auch eine Ego-Perspektive, wie hier zum Beispiel. Das hier ist Sarah Baker, lead engineer at Pearson Space Station. Ich wurde um die Blackout zu investigieren, zusammen mit Station Mechaniker Wolf Robertson. Ich wurde von einer A.Z.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. ... und verabschieden. Die Reasons für diese Attacken bleiben unklar. Es scheint mein Expedition Partner zu verabschieden. Und ich bin nicht zu kontakten Pearson Space Station. Oder den anderen Faciliten. Ich werde jetzt über die Frontier, passen Copernicus Outpost 1. ... und verabschieden, was die Empfehlung der Empfehlung verabschiedet hat. Wer findet das, bitte kontaktiert mich. Alex, endereich. So, normalerweise würde ich jetzt hier an der Stelle einen Cut machen. Wenn ihr möchtet, kann ich aber noch ein Stückchen weitermachen. Falls euch das Thema weiterhin interessiert. Okay, eine Ja-Stimme ist genug. So, was haben wir hier? Ja, da können wir irgendwas freischalten. Frank hat den Code. Okay, wir müssen Frank fragen. Lustigerweise, kleine Anekdote. Frank Fragen war... Okay, drei Stimmen dafür sind ein echtes Go. Und Hiro freut mich, dass du auch noch dabei bist. Frank Fragen war mal ein Spiel, was wir in unserer Stammkneipe gespielt haben. Der Besitzer heißt Frank. Und egal, wenn irgendjemand gesagt hat, was trinke ich denn jetzt, kam immer die Antwort Frank Fragen. Gut, Frank hatte auch immer das perfekte Getränk für jede Gelegenheit dabei. So, Spacetech magazine, Helium on the Moon, Essential to Humanity's Survival on the Earth, Portrait of a Pioneer's Science and Sacrifices. In this Summer Edition, we sit down with Pioneering Architect and Lunar Council Member Dr. Isaac Johansson to highlight the many obstacles and triumphs of the developing the NPT. Freut mich, dass es euch gefällt. Definitiv freut's mich. We're here on official orders of the Lunar Council. The Lunar Council? Frank, did you see anything strange happening across the NPT network? Ich hab nichts in Ordinary. Tombo ist es fine für mich. Perhaps you could explain a bit more first. This is for your own safety. The situation wird be explained by the Council. We don't call this to ride our Loon, ha? So, MacArthur calls the shots now, huh? We don't have time for this. Just take them. Was? Get your hands off me! Evacuation crew to MacArthur are progressing to Stage 2. Outpost crew and the Package are on their way to Moon Harbor. We didn't receive any word from the others at Ryan Albert. Good work Evacu. Wait for them to pass Outpost 1. Contact me again for the second evacuation crew to rise. Over and out. A task force dispatched by MacArthur forces the Outpost crew to come with them to Moon Harbor. Where MacArthur is gathering all lunar colonists in preparation for Outward. After sending the crew and an important package of the Moon Hub, the task force is commanded to remain at the Outpost until a second task force arrives. Recorded 2020 September 20... ...fifty four... ...fifty four... ...six hours before the blackout. Das heißt, er hat die Leute gesammelt bevor... ...die Jungs... ...bevor der Blackout kam. Das macht's ein bisschen suspicious. Ah, Tumbo Station gibt's auch bei Edited. Ja, ich will nicht wissen, wer und wo die Idee her hat. For Humanity, for the future, WSA. Okay, da kommen wir jetzt gerade nicht rein. Frank Wilson, Sonny Jung, Martin Miller... Gut, da kommen wir auch gerade nicht rein. Gehen wir mal in die andere Richtung. Da ist wieder Recording. Das ist Pearson Station Engineer Sarah Baker, wieder. Ich gehe zu diesem Outpost von Moon Hub, wo ich mich verabschiede, um den Blackout mit meinem Partner zu verabschiedern. Moon Hub wurde komplett verabschiedet, als wir gekommen sind. Und wir konnten den MPT zurückkommen. Wir wurden verabschieden und verabschieden. Ich gehe zu Tombo allein, um meine investigation zu verabschiedern. Die einzige Lied, die ich habe, ist, dass etwas passiert ist in der Reaktor-Facilie. Die Entrance zu der Monorail Station hier ist blockiert. Also, ich muss einen anderen Weg finden, um die Landschaft zu verabschieden. Es ist wertvoll. Wie war das noch? Zu Fuß ist es reiner Suizid. Asche Explorers Alternatives means to reach the MPT Reactor at Tombo. Before, Sarah recaps her journey for whoever might come looking for her. Ich habe sie 27 September 2054, 4 Tage nach dem Blackout. Elite ist aber auch ein gutes Stichwort. Ich denke mal, ich werde morgen noch ein bisschen Elite spielen. Das allerdings dann wieder irgendwo am Nachmittag, denke ich. Also, sie war traint to be a Software Engineer rather than a Hardware Mechanic. Sarah has found another way to cross the Landscape after changing an abundant Lunar Rover's Broken Tire. However, given the Rover's limited range, it's unclear how one could take her to the Tombo facility. Ich freue mich auch, wenn du dann wieder dabei bist. Bis jetzt hast du ja keinen von den Streams verpasst. Na komm. Da komme ich nicht drüber. Okay. Vielleicht drumrum. Oder reicht das von dir? Ich versuche es mal. Es reicht nicht, oder? Oder? Da. Da. Wozeug ist das? Z menos, was ich jetzt mal an einer Seite auftauchen kann. T vetoes könnte zusätzlich und bestimmt nicht nur das ganze lemonade. Ja gut. Das einzige was du heute auch verpasst hast, ist, dass ich mich kurz offline eingeloggt habe. Mit noch an die Stationen angedockt habe und die Missionen die ich noch Cataphone hatte zu Ende gemacht habe... ...d t voyez, gemacht habe, weil da waren die Server wieder online. Das war alles. Eure believer bei Z Games haben wir auch die Aufträge angefordert. Wenn wir 1998 über 120 Level fertig waren, habe ich Manager nach pfげet gewesen. Wäre das jetzt Alien Isolation, könnte man jederzeit erwarten, dass irgendwo ein Alien auftaucht. Da kommen wir her, glaube ich. Da müssen wir in die Richtung. Ah, Steuerung. Schönes Gelb. Ja. Ja, du warst trotzdem bis zum Schluss dabei, hat zumindest Twitch gesagt. Das ist alles, was zählt. Da geht es nicht weiter, okay. Ah, sieh an. 1881. Haben wir noch was, was wir öffnen können? Haben wir hier noch irgendwas anderes, womit wir interagieren können? Du kannst das Licht ruhig anlassen. Vor allem, wer hinterlässt so seine Bildschirme in einer geschützten Umgebung? Das gibt es doch nicht. Nee, sieht nicht so aus, als würden wir noch irgendwas machen können. Aber wir können hier wieder rausfliegen. Ah, da kamen wir durch. Alles klar. Gut, dann. Wieder zurück. Gut. Da kommen wir ja nicht rein. Oder ist das vielleicht auch der gleiche Code? Mal versuchen. Gut. Ja, sehr schön. So, das Ding nehme ich jetzt einfach mal mit. Okay Edgar, good luck, Frank. Frank, it's happening. I knew it. Three monorail trains left Tombo. One is headed to Jugends. The other two are going to the Moonhub. The first Moonhub train should arrive at your station soon enough, but the second won't until I get some answers. This is the key, Frank. The key to understanding what the council has been planning for so long. I'm close. Da haben noch andere Verdacht geschöpft. Moonman, Dawn of the Colony. Exhausted by the mind. The astronaut follows an old friend's trail. The astronaut follows an old friend's trail as his search across the moon continues in a remote outpost. He discovered evidence of De Beers' plans with far-raging consequences. Ich finde das so gut, dass die da ein Kobik mit rausgebastelt haben. Okay, über den Stuhl kann ich nicht. Gut, dann können wir jetzt mal hochgehen und die Monorail weiter in Betrieb nehmen. Wir wissen ja, 1, 8, 8, 1. Monorail door opening. Monorail station offline. Perform manual maintenance check. Unlock maintenance. Ja gut. Bist du das? Nein, du bist das nicht. Ah, da drüben. Powerful and evidently presents on the moon, Helium 3 was considered to be the key to solving humanity's energy crisis. As it is both harvest and processed on tombow facility grounds, Moving the resource away from the tombow reactor is readily allowed by the Lunar Council. Hey, wir haben schon den zweiten Teil von Encrypted 20 Schmutz habe ich gedacht. Beacon Point Beta. Mal sehen, was wir jetzt hören. Okay, es bringt offensichtlich nichts, sich das anzuhören, bevor wir nicht eine Menge von den Dingen halt fertig haben. Hey, die neueste Mode. Ah, noch was zu gucken. Oh. Evacuation crew to MacArthur. Helium package and Copernicus Outpost 1 personnel have arrived in Moonhub, sir. Evac crew 2 is still nowhere in sight, though. We've been trying to reach them, but we're getting no response at all. How should we proceed? The other crew won't make it in time if I do that. They'll miss the launch. They know what they signed up for. Seal the door, now. Yes, sir. Offensichtlich ist der Mann nicht durch, ähm, nicht gerade zimperlich gewesen. Okay. Ja, so sehen wir aus. Dann müssen wir ja gut einmal mit unserem ESI nach draußen. Rot ist doof. Gelb ist auch doof. Ich glaube, blau müssen wir haben. Okay, wir haben hier verschiedene Kabel. Was passiert, wenn ich damit interagiere? Ah, okay. Das passiert. Das kann jetzt eine Weile dauern. Glaub ich. Wir müssen den da auf jeden Fall noch in gelb bringen. Dann haben wir den da aber dummerweise auf rot. Und wenn wir das Ding hier aktivieren, schalten wir die da rum. Dann können wir den da switchen. Ja, dann, damit haben wir schon mal die beiden. Der da hat zwei Kabelverbindungen. Die gehen beide da hin. Ah, der eine geht auch da hin. Das ist unglücklich. Das ist unglücklich. Ich muss den da noch auf gelb bringen. Ja, das war natürlich der Falsche. Die beiden da wollte ich so hinbringen. Dann würde ich nämlich den da auf gelb bringen. Jawohl. Und dann können wir den hier noch schalten. Zack. Alles blau. Like. Share. Subscribe. Sag hallo live auf Twitch. Bleib aktuell. Folge auf Twitter, Facebook, Mastodon und anderen. Links in der Beschreibung. Also dazu. Hi. Ich frage.